17 Euro Gewerrüssel hat 19 Euro verspielt. Bum Euro ist weg Matthias ist am zocken das klappt aber alles nicht so hier kann man mit dem Handy kann man dann zocken und haben wir 10 Euro auf das und der junge Mann Matthias der Alles-Tester wir testen sogar mobile Apps auf dem Schiff im Spielcasino und hier sitzen wir grade jetzt kommen wir am Stand Und hier ist dann der Komplett. Gewonnen! Gewonnen! Es war nicht viel, aber egal. Was hast du denn gewonnen, Matthias? Wie viel hast du? 1,25 Euro. Jetzt können sie weiterspielen. Ja, das machen wir. Denn kleiner als 12, würde ich mal sagen. Ah, es geht weiter. Größer als 1. Und das geht dann so weiter, bis sie sagen, sie haben jetzt schon 46 Cent gewonnen. Das macht ja nichts mehr, oder? Ich wäre doch Millionär auf der Aida Prima. So, was machen wir jetzt? Kleiner als 11, bisschen mehr Risiko. Das verlässt du. Und auf 0. Alles weg. 46 Cent weg. Und die 13. Und die 13 noch, oh Gott. Meine 13. Noches Spiel. Ja, auf Start. Nein, das nicht. Ein anderes. Ja, wir wollen ja auch was davon sehen dann, ja. Eben. Wind tun wir sowieso nichts, merkst du? Spielen sie Lotto? Wir dürfen ja nicht. Ich darf keine Unterstützung, ich bin Lotto-Fachkraft. Und die Christi, was hast du jetzt? Ich habe jetzt jetzt 17. 32, auf was hast du jetzt gehabt? Hast du was gewonnen? Ja! Hey, die Christi hat schon, wie viel Euro hat sie? Ja, wird schon, äh, 17. Siebzehn? Warte mal. Siebzehn Euro. Die hat schon sieben Euro plus gemacht. Der Wun muss sie hin. Sie gewinnen. Sie gewinnen. Sie gewinnen. Sie gewinnen. Oh ja. Jetzt ein bisschen drauf, komm auf. Siebzehn Euro. Siebzehn Euro. Siebzehn Euro. Ja. Siebzehn Euro. ết